Ich bin jetzt, mir 83 mit 82, bin in Bernd Rohn geboren und ja, was soll ich sagen, was ich so erlebt habe, meine Schulzeit bei Fräulein Koch und dann ging es weiter, Handelsschule und dann kochen gelernt und so, ja, so war es Kriegsende dann. Und nach dem Krieg habe ich gleich Rote als Köchin gearbeitet, drei Jahre, denke ich, und ja, und dann gingen wir aus, ich war natürlich damals noch jung, vielleicht auch schön, da gingen wir aus tanzen und dann kamen die modernen, schönen Reihenschlager auf, wie die Ostermann in der Zeit machte in Köln. Und wir hatten was getrunken und dann sage ich, nächstes Jahr tanze ich am Rhein. Ja, das war mir als Witz bedacht, aber ich hatte das doch im Kopf. Und ja, dann hatte ich doch über die Briefe geschrieben, in den Buchen, wenn sie kommen können sie direkt mit anfangen und alles organisiert und so war es dann eine Woche vor Weihnachten. Wir hatten dann als Nachbar, den Herrn Bühlhaus, das war ein pensionierter Wachtmeister und der war an der Grenze in Bundeshagen geboren. Und da lagen die letzten Russen, damals waren die Russen an der Grenze, auf den Bauernhof und dann gingen die Wacherschienen und dann, ja, jede paar Stunden wechselten die ab. Und dann sind wir los, mit dem Such, bis Leinefelde ging und dann sind wir drei Stunden gelaufen. Bis nach Bundeshagen. Durch den Wald, kann man durften sehen. Ja, ja, damals waren dann nur die Russen an der Grenze, keine Deutschen. Und so sind wir dann da angekommen und dann haben wir gewacht bis abends und dann ging es von Haus zu Haus. Die Russen sind da drin, nächste Stunde kamen die Nächsten raus und da konnte jeder rausgehen. Durch den Wald. Und da sind wir rausgeschlichen. Es war damals noch die kalte Zeit. Durch Schnee und Eis. Durch den Wald. Und da hatte ich Glück, denn der alte Herr, der war da groß geworden. Er hatte seine Jugend da verlebt. Und er kannte jeden Baum sozusagen. Bis zur nächsten bist du der Stadt. Das war die nächste Stadt. Und im Wald, natürlich, mir passiert ist, die Russen hatten einen Kran ausgeworfen und ungefähr zwei Meter dieb. Und dann siehst du nicht. Und da stöperste rein. Und der alte Herr hat mich rausgezogen. Und so sind wir weiter gestrumpelt. Und im Eimer standen wir in Licht. Halt, rief jemand. Und da haben wir gedacht, jetzt haben sie uns. Aber die Russen rufen steu. Halt. Und da war es die Westdeutsche Polizei. In dem Moment, wo sie unsere Rucksack sahen, riefen sie herzlich willkommen. Sie sitzen in Westdeutschland. Und da haben sie uns nach der Station gebracht. Das war mitten in der Nacht. Dann haben wir dann da gesessen. Er dann einkaufen. Und ich, ja, ich musste mit dem Zugpferd nach Bochum. Ja, und so bin ich in Bochum gelandet. Und da habe ich das Krankenhaus, das Klappschaftskrankenhaus gesucht. Ja, ich durfte bald nicht über die Straße zu gehen. Da waren schon Autos und alles. Ja, Bochum war derzeit schon eine Betriebsstadt. Und da komme ich rein. Und da stand so ein Züster-Inglind an der Grenze, an der Pforte. Und ich spruch, ja, ja, ach, sie brauchen nichts zu sagen. Ich weiß schon, wer sie sind. Ungeschlagen, ungewaschen, ungekämmt, mit dem Rucksack auf. So kam ich an. Ja. Und ein bisschen umher gehumpelt. Das Knie hat weh. Und zwar drei Tage vor Weihnachten. Und Weihnachten? Natürlich. Wir hatten kein Personal. Musste ich arbeiten. Na ja, ich war gespannt. Ich wollte nicht in der Küche. Ich wollte bei Patienten. Es ging mir um den Kontakt mit den Menschen. Und da lernte Menschen gehen. Und das war dann zufällig die Krebsstation. Und die waren noch draußen im Park. Bei Züster Brigitte. Und kein Weihnachten arbeiten. Aber das war bei den Nollen ganz festlich. Ja, wir mussten noch arbeiten. Es war morgens um 6 Uhr raus. Dann hatten wir eine halbe Stunde schon gebetet. Und da begannen wir. Na ja, wir waren jung. Wir hatten gute Laune. Wir gehen singen mit einer Arbeit. Und abends auch waren wir abgearbeitet. Und dann ging es wieder beten mit den Nollen. Und dann später in der Lange mit 6 Mädchen auf ein Zimmer. Jeder hat einen Stuhl und jeder hat einen Schrank. Wie viel verdienten Sie im Monat? Im Monat kriegten wir 30 Mark. Denn wir hatten auch Kost und Einwohnung. Ja, es gefiel mir eigentlich. Aber ich war noch nie am Rhein. Ich war noch im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, ja. Das ist lang im Rhein. Und so haben wir getan. Ich hatte in der Zwischenzeit eine Freundin in die Zeitung geguckt. Und dann stand Bad Godesberg drin. Im Hotel. Mit 8 und Kracht geht wir da weg. Und sonntags morgens standen wir in Godesberg vor dem Hotel. Aber was wir da sahen, das befiel uns nicht. Das war alles noch ganz primitiv. Und wenn du morgens kommst, bis abends die Küche nehmen. Und da sagte der eine, der wir an dem Rhein-Pulvert, der sagte, ach gehen Sie morgen früh nach Bonn. Und als Arbeitsamt, da kriegen Sie bestimmt Arbeit. Und so haben wir wieder eine Nacht auf der Station gesessen. Und am Morgen mit der Straßenbahn, wie ich das alles getan habe, falle ich heute nicht mehr. Nach Bonn. Ja, ja, ja. Und da kriegte ich eine Stimme bei Baurat Müller als Kindermädchen. Bei drei Kindern. Und so, ja, so bin ich da angefallen. Ich kriegte dann 65. Ich war schon ein bisschen mehr, 65 Mark. Und ich hatte ein Zimmer mit Balkon am Rhein. Ich konnte in der Reinfahrt sehen morgens. Und fröhlich in der Passagierboote, die kamen, die lichten da an, da unter. Und da sagten sie auf Wiedersehen, wenn sie von dem Boot abkamen. Und ich fühlte mich so cool, König der Reich. Und da ging man aus tanzen. Und wie es ist, lernte mich jemand kennen. Und wir arbeiteten, was Krankenpfleger, wir arbeiteten oben in den Kliniken. Denn Bonn ist Universitätsstadt. Und die haben nur sieben Kliniken. Alles, was sie denkt. Und da war eine Zentralküche. Und da ging ich wieder rein. Ich gewahr mich. Und da musste ich schon einen Preikurs köcheln. Ja, und dann kam ich langsam an 100 Mark. Und ich arbeite per Tag nur 10 Stunden. Und jedes Wochenende frei. Ich fühlte mich schön im König der Reich. Und ich tanze den Bonn mit dem Karneval. Auch fröhlich, ja. Und den Karnevalszug sagen wir aus Köln. Denken wir nach Köln. Ja. So weit war ich. Naja, wie es war, ich war dann drei Jahre im Bonn. Dann lernte ich Holländer kennen. Holländer, Belgier, Engländer, die kamen alle an Rhein, Karneval vier, fünf. Und so ging es, ja, wie es in der Zeit war. Dus dann kamen meine Führung raus nach Holland. Eben nach Holland in Urlaub. Ja. Ja, und so hat sich das alles so ergeben. So bin ich in Holland bleiben hängen. Mein Mann hatte dann eine gute Familie, bin voll aufgenommen. Im Beginn war jeder noch deutschfeindlich, aber ich habe keine Last von gehabt. Dann kamen die Deutschen, ja, die Reichen mit den Büsse. Und da stand dann in Zeitung, die haben sie mit Steinen geworfen und so. Aber ich bin überall freundlich empfangen. Und heute bin ich so weit, dass ich, glaube ich, 55 Jahre in Holland wohne. Ich bin in Holland alt geworden. Ja. Und so sage ich. Auf Wiederhören. Tut sie es? Hau die, wie die Holländer sagen. Bleiben sie doch immer tanzen? Ich bleib doch immer tanzen. Immer tanzen. Ich bin da immer tanzen bei. Und ich habe auch noch Chance.